Musik Ja, immer wieder schön. Malzerteilung und herzlich willkommen zurück zum Final Fantasy VII Remake. Letzte Folge haben wir nur gegen eine Airbuster gekämpft. Haben erfolgreich gewonnen. War auch eigentlich ein ganz cooler Kampf, wie ich fand. Beziehungsweise war ich von meinen, oder mit meinen Fähigkeiten, sagen wir es mal so, zufrieden. Ich hoffe, ihr wart das auch. Und ja, haben jetzt, beziehungsweise sind dann hier durchs Kirchendach hindurch geplumpst, auf den Blumen gelandet und haben Aerith wiedergesehen. Und ja, weiter geht's, würde ich sagen. Reden wir mit ihr, schauen wir was so passiert. Na dann. Ich störe doch nicht, oder? Und wer bist du? Das ist mein Bodyguard. Er ist Soldat. Hä? Ein Soldat? Ex-Soldat. Ah, ja. Marco. Als Söldner machst du doch sowas sicher. Nicht, mein Bodyguard? Hä? Wegen dem Schwert, dachte ich. Sag schon ja, bitte. Klar, warum nicht. Aber das kostet. Du bekommst ein Date mit mir. Hä? Hm. Ein echter Soldat, ja? Welcher Rang? Hm. Erster. Jetzt mach dich mal nicht lächerlich. Du und Rang 1. Wow. Trätet ja nicht auf die Blumen. Hast du gehört? Hehe. Nice. Dauert nicht lange. Dann mach. Sehr gern. Hör mal auf, Alter. Ihre Bodyguards sind immer doch wir. Ach wirklich? Wann habt ihr mich denn bitte mal verschwunden? Das ist Betriebsgeheimnis, meine Liebe. Dann verwarte auf keinen Dank von dir. Volle Kraft. Ist hier und zu. Ah. Wo ist er denn jetzt? Schick mal Verstärkung. Äh. Ah, noch wer. Jetzt halt nicht. Da oben sitzt ja der Sack. Jämmerlicher Haufen. Lust hab ich ja nicht, aber... Jetzt geht immer zu. Ah. 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 Ja, ja. Alles gut. Erstmal analysieren. Äh. Wirksam. Stark. Resistent gegen Blitz und... Keine Ahnung, was das ist. Immun gegen Stumm. Rädchen nach unten. Ah, hier. Ach ja, natürlich. Gemach. Logen. Und das Bisting Tobsucht. Okay. Was sind dieses... Proportionaler Schaden. Okay. Alles klar. Äh. Hätte ja nicht viel. 3000. Krieg locker hin. Und... Zurück und Block. Haha. Ja. 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 Ey. Nicht über die Blumen, du Sack. Warte. Wenn er das so will. Wie im Moment, die Schadensleiste ist dann blockiert. Hä? Was ist da los? So kam es vorbei, oder? Oder ist das, wenn eine neue Phase beginnt? Profi, hab ich Spaß an all meinen Aufträgen. Oha. What's some guy, ja? Ne, ne. Lock doch, Junge. Los geht's. Ja. Mist. Hab ne Überraschung gesehen. Das ist uncool. Aber ich hab auch ne Überraschung für dich. In Form eines Mutangriffs. Auf Reno. Jetzt sollte ich zuerst diese heulen Dinger da weg machen. Okay. Dann machen wir das halt krass. Ich muss echt mehr blocken. Hab ich grad gemerkt. Du verstehst das nicht, Mann. Ich wollte doch nur... Die ist schon wieder. Hä? Was sind das für Teile? Ich weiß, wer das ist, aber warum helfen sie uns? Greifen sie uns gar nicht an. Hey, doch. Aufmachen. Los. Hierher. Hierher. Erstmal geh ich hierher. Hallo? Ich will da rein. Sie scheinen sich uns in den Weg zu stellen. Guck mal, ich will da hin. Vielleicht sollten wir nach oben. Also, muss ich wahrscheinlich zum späteren Zeitpunkt nochmal wiederkommen. Ich kann hier nirgendswohin. Fässer werfen noch? Ja. Äh. Oh. Alter. Es hat mich... ...beschützt. Beeilung. Eris? Kommst du? Ja. Da können wir drüber, da können wir nicht lang. Lass mich vorgehen. Nimm meine Hand. Wo sind sie? Dort oben. Nein. Hey. Hey. Alles okay? Ich glaub schon. Oder auch nicht. Wehe, ihr verletzt sie. Dann seid ihr so gut wie erledigt. Jawohl. Wir brauchen sie. Lebt. Äh. Was ist das? Lauf weg! Keine Bewegung! Nicht schießen, hab ich gesagt. Ja, aber... Fässer werfen. Wenn ich den abtrenne. Oh, ein Kronleuchter. Ja. Wie soll ich den dann... Wie soll ich den abtrennen? Über den Dachboden. Ich gehe... Ich könnte... Aber ich könnte den auch... Aber wie? Ich gehe hier hoch? Ach, verdammt. Ich gehe hier lang? Ah. Äh. Ach so. Da lang. Doch, Fässer werfen. So ähnlich. Äh, Cloud an die Richtung. Da, genau. Jetzt. Hä, lustig. Schade, dass es keine Fässer sind. Sondern nur Kronleuchter. Aber gut. Wäre auch irgendwie ein bisschen... Elbern. Obwohl Kronleuchter auch elbern sind. So. Hm. Ja, ja. Äh. Da drüben. Äh, meint er mich? Wer schießt auf mich? Wo denn? Wo denn? Warte. Äh. Muss da lang. Ja, los. Weiter, Cloud. Cloud? Der Steuerung hier oben dran ist echt... Nicht die einfachste. Jetzt die Richtung. Alter. Kletter. Ach so. Kann ich nicht. Alter, das ist echt nicht einfach. Wie lang zu klettern. Ja. 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 Super. Sehr gern. Das war ja nur ein Kronleuchter. Selbstredend. Was war da drin in dem Schrank? Okay, jetzt hier hoch. Boah. Ne. Sehr gut. Aber sie entkommen! Ich habe zum Glück genau den richtigen Mann für diese Aufgabe. Au, 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 au. Tut das weh. Ach, Reno. Hier sind auch welche. Hoffentlich. Greifen sie uns nicht an? Bleib dicht bei mir. Oh, du starker Mann. Hm. Ah, das alle hier am, äh, an Baggern sind, ne? Außer Tiefe. Tja, der Dachboden. Leider nicht so hübsch wie im Original. Oder doch? Oh, kommen wir, glaube ich, noch hin. Hier ist nochmal erst eine Natur. Wachmacher. Red Bull in einer... In einer Dose, wollte ich schon sagen. Natur. Ja, doch, Ess. Auf jeden Fall. Ja, doch, typisch. Haben wohl aufgegeben. Sie sind... Einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt... Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Hm. Machen wir. Ich muss mir noch diesen Dachboden angucken, weil der auch so ein... Das ist auch so ein Markenzeichen, ne? Also wenn man irgendeinen... Dachboden von der Kirche im Kopf hat, von bei Final Fantasy, dann ist es dieser hier. Und ich muss auch sagen, ich hatte es, glaube ich, schon in einem meiner anderen Let's Plays erwähnt, im Eco-Let's Play, auf The Final Fantasy RPG, auf meinem Nebelkanal... Nebel, Nebenkanal, da gibt es auch so einen Dachboden und der sieht verdammt ähnlich aus. Aber gut. Falls du es nicht, äh... dich überzeugen willst, dann schau dir einfach mal in Eco-Let's Play an. Off The Final Fantasy RPG. Ich würde mich freuen. Tja, hier sind die Dächer. Hüpfen wir jetzt auch so lustig wie im Original hier rüber? Hm, hm, hm. Ich glaube es mal nicht. Aber ich finde es ja schon schön, dass der Schalterdrück-Rätsel in... Ähm, na hoffentlich. Hoffentlich. Springen wir hier? Haha, wir springen doch. Aber es sieht nicht so lustig aus wie im Original. Auf jeden Fall einen Schatz gesehen, aber ich glaube, wir kommen dann vorbei. Äh, mir wurde ja gesagt, äh, danke auf jeden Fall, äh... Michael Herrmann, glaube ich war es. Genau. Äh, er sagte nämlich zu mir, dass, äh, ich keine Angst haben zu brauchen, denn, ja, irgendwo kommen wir irgendwie überall dahin, wo was liegt. Das ist nett, Dankeschön. Ich muss mal, ich muss kurz wieder mein Auge schweifen lassen, es tut mir leid. Aber es tut mir nicht leid. Ich muss es halt tun. Das sieht cool aus. Das sieht schön aus. Vor allem, das sieht cool aus. Alter. Oh, Texturen sind sich verschwommen. Das sieht echt schön aus, wenn man da so rausguckt. Hier ist ja auch, da geht's ja auch irgendwie bald raus, ne? Ach, cool. Schön, schön, schön gemacht. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Ja, das glaube ich nicht. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Hey, mir geht gerade voll einer ab bei der Musik, ne? Ich könnte gerade losholen. Ohne Witz. Scheiße, Alter. Wie geil. Mei, mei, mei. Mokri-Medaille. Super. Lass uns den Typ noch finden. Der sie wartet. Da, irgendwann. Irgendwann geht's da hinten irgendwo raus. Dann sind wir frei. Ich komme endlich raus aus Midgar. Das wird aber wahrscheinlich erst in tausend Folgen passieren. Mal gucken. Ich bin gespannt. Hier wird der Weg enger. Ja, danke. Ich finde jetzt die Leute, die hier drin wohnen, sich nicht irgendwie gestört werden. Vielleicht wohnt auch gar keiner mehr. Kann auch sein. Achso, übrigens, ähm, ich weiß gar nicht, Koi, was du das? Wegen, äh, den Maps und so, ne? Dass man halt irgendwie schon weiß, wo man lang gehen muss. Man kann sie ja auch ausschalten, ne? Man kann ja auch hier blind lang laufen. Könnte ich jetzt theoretisch machen. Aber ich habe die Option jetzt, ja, hau mich dafür, äh, um zu sehen, wo hier, wo man hier überall hingehen kann. Deswegen, ich will ja hier nichts verpassen irgendwie. Obwohl ich, ja, mit Sicherheit irgendwann was verpassen. Ehrlich gesagt bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Der Pfeiler, ne? Das lässt irgendwann nach. Also, einer davon denen. Hier waren Maschinen. Oh, cool. Ach ja, irgendwann. Fantastisch. Einfach nur fantastisch. So, ey. Laut. Wir wollten hier runter. Ups. Oh, war schnell jetzt. Hey, um Gassi gehen wir im Sprung. Warte. Nun, warte doch mal. Traut sie sich nicht? Auch wie im Original. Dass sie so eine Szene gab. Ich habe jetzt darin, da bin ich die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Ja, genau. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Und du willst trotzdem ein Date mit mir? Also, mit Cloud. Ein Eder. Echt schön gemacht. Also, echt. Also, die Passage finde ich gerade echt schön gemacht. Weil so viel... Es sind so viele Details hier. Es ist Wahnsinn. Die Kirche sieht echt auch super aus. Ups. Das mit den Gräsern ist natürlich nicht so gut. Mit der Kamerafahrt und so. Und das war... Hatte ich ja auch schon gefragt. Aber gut, dass es jetzt auch aufgeklärt wurde. Danke, Aerith. Hä, was ist das? Die... Ach, die Leiter. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Ach, Mädel. Puh. Hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Hä? Sieh mal. Der Wald. Der Wald? Der Wald. Der Wald. Der Wald. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Mietgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Ach ja. Ich finde das immer faszinierend. Leute, die nie die Welt gesehen haben und sich natürlich in so einem Dreckloch zu Hause fühlen. Ja. Die wissen es halt nicht anders. Da hinten ist es, das Tor. Und irgendwann werden wir auch da durchschreiten, Eris. Glaubet mir! So, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Ach da. Ups. Hab ich einmal kurz kreisgedrängt. Sorry. Hab ich nicht gesehen. Schieb mich doch hier nicht runter. Was? Mit links und Fieber? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lasse dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Ich... Schubsen. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Nein. Ja, dann los. Scheint spaßig zu sein. Zack. Ist auch gar kein Problem mit so einem riesen Prügel da runter zu rutschen. Also mit dem Schwert meine ich jetzt. Schaffst du das? Mit links und Fieber. Alter. Ist er da tatsächlich? Ist er... Ja, er ist... Sehr schön. Ja, schon wieder eine von diesen Ja-Palo-Gesten. Eris Gainsborough, guck mal, brei getreten. Sie sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Hm. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auch besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Underneath the Rotting Pizza. Das liegt gerade im Hintergrund. Meine Fresse. Nice. Ja, Aerith. Hallo. Wachstab. Der Wachstab. So, gleich mal hier wieder den... Ich hoffe, diesmal... Drücke ich gleich die richtige Taste. Ich kann hier gar nichts drücken. Warum? Was hat sie denn hier drin? Gebet. Frost. Vision. Ermöglicht den Einsatz des Limits. Vision kann nur einmal während eines Kampfes eingesetzt werden. Okay. Ist okay. Ich setze hier nochmal ein. Ach. Ich... Bedudel-dü-ding. Ich könnte jetzt hier... ...von Tiefe eine wegnehmen oder von Barrett eine wegnehmen, wegen Heil, ne? Obwohl Cloud hat ja auch eine Borse nicht. Nehmen wir hier mal... Kriegt sie noch eine Glut. Nee, der Wurst. Und den Chocobo-Küken. Dann haben wir irgendwie mal alle ausgerüstet. Cool. Ich würde aber gerne... Wieso kann ich denn nicht... Achso, muss ich wahrscheinlich an das Menü... Entschuldigung. Schon mal vergessen. Titanreif. Ein Armreif aus Titan, mit dem auch die Schindersodaten ausgestattet sind. Den kriegt sie. Hatte sie nicht eben einen anderen an? Der hat sie... Ey, das war dumm. Das war dumm. Da hat sie nix. Da kriegt sie... ...verringert erlitten Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ja, kriegt sie einfach mal. Obwohl ich Aerith, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen steuern werde. Mal gucken, wie sie so drauf ist. Wahrscheinlich gibt es auch wieder ein Tutorial. Und so, wie Aerith denn funktioniert... Aber wir wollen erstmal die Waffenmodifikation bei ihr einstellen. Don't level Aerith. Ich weiß. Aber... Wir gehen mal bei ihr auf die Defensive. Habe ich mal Lust. Oder? Ne, komm, ich mach bei ihr auch ausgewogen. Warum auch nicht. So. Geschicklichkeit. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wirkt automatisch zweimal... Wird automatisch zweimal gewirkt? Okay. Nice. Magiekreis beschwören. Begrenzt auf einmal während des Effekts. Okay, das ist der Geschicklichkeitsbonus. Mhm. Na gut. Bis jetzt haben wir auf jeden Fall alle Waffenstufe 3. Ich muss zu Chatley. Okay. Aerith. Mein Team. Ich freu mich. Cloud, wo willst du hin? Ich wollte gucken. Oh Mann. Du, 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 du. Ah. Ich mag das Lied. Ich dachte schon, dass man es vielleicht früher hört. Aber... Jetzt ist es auch ein sehr guter Zeitpunkt. Hier ist es ja eigentlich auch... Auch gewesen. Ich hab's ja gesagt! Nichts überstimmter. Igelfloh. Aerith Besonderheiten. Aerith kann mit Magie angreifen und ihren Gefährten... Äh... Kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Mein Gott. Wenn du im Kampf 4 gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Ah, okay. Ah, jetzt sehe ich das. Ah, okay. Ja, nett. Alter. Alter, wo ich geflogen bin. In die Gegend. Was denn? Das sah nett aus, Aerith. Muss ich sagen. Schön weggepeitscht, den Igelfloh. So, gibt's hier noch irgendwas? Alter, hier auch diese Raupen, ne? Die stehen ja im Original auch rum. Sehr nett. Fantastisch. Bin grad schon wieder... Ich komm gar nicht raus aus dem Schwärmen. Okay, aber ich glaub, hier liegt nichts weiter. Wo gab es hier... Hier gab es eigentlich... Im Original gab es hier irgendwo eine Substanz in der Ecke. Aber ich glaub, die haben sie diesmal weggemacht, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Was gab es denn hier? Stehlen? Gab es hier Stehlen? Offene Fragen, die vielleicht durch euch beantwortet werden. Das wär schön. Aber ich glaube, ja. Irgendeine gelbe Substanz gab es hier zu finden. Vielleicht kommt sie ja noch. So, Igelfloh. Ich möchte... Ach, die haben ja nichts drauf hier. Eris Spezialfertigkeit Sturm. Halte 3 gedrückt, um magische Kraft zu akkumulieren und durch Loslassen der Taste einen besonders mächtigen Magie namens Sturm zu entfesseln. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. Du kannst sie nach Kampflage, Kurzangriffe, Kurzangriffe, Kurzangriffe in der Folge oder einen verheerenden Angriff mit viel Kraft entfesseln. Können wir ausprobieren. Ah. Nett. Die Igelfloh. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Ich würde mal... Ich will mal... Ich möchte... Wo konnte man das einstellen? Anführer und so. Ah, hier. Äh. Ja. Genau. Earth ist jetzt mal Führerin. Hä? Hä? Wieso nicht? Achso. Kann ich sie irgendwie an erster Stelle stellen? Ne. Siehst du Anführer jetzt? Aber ich glaube... Steuere... Achso. Schade. Ich dachte, ich steuere jetzt Aerith hier. Naja. Wird sie wahrscheinlich nur im Kampf gleich die erste sein. Auch okay. Tudududing. Auf der Suche nach dieser gelben Materie, die es hier im Original gab. Tududu... Tipa... Tudu... Tipa... Tipa... Ich blinze, glaube ich, schon wieder gar nicht mehr. Augen fühlen sich so trocken an. Ich höre einen Hubschrauber. Irgendwo da, da. Warum ist da ein Hubschrauber? Ah, ich weiß schon, wer dort gerade landet. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Das ist doch hier der Hubschrauber, der mit Zeng und so, ne? Der wahrscheinlich gerade bei Aerith zu Hause... Hallo, da. Oh, tade. Sektor 5 Bahnhof. Mhm. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön, was ist los? Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Oh. Er weint wirklich. Staffen die? Ich glaub, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass hier nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt? Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Okay. Ähm, Aerith, warte. Hab noch was gesehen. Vielleicht, wie man ohne die Bahn im Leben auf die Platte kommt. Verstehe. Einfach so eine Explosion auszulösen. Das war nicht ich. Nee, nee. Das war Shinra. Ich hatte es zwar vor, aber im Endeffekt war es Shinra. Das kommt wirklich zur Unzeit. Das kommt immer zur Unzeit. Egal, was passiert. Wie heftig die Erde gebetet hat. Und dieser ohrenbetäubende Lärm. War das ein Unfall? Wo ist denn der Reaktor eigentlich gewesen? Da so? Weil die da alle so hingucken. Was zerstört wurde, bauen wir einfach wieder auf. Ich wende mich erfolgt für den Reaktor auf. Die werden schon sehen. Ich werde auch mit anpacken. Ja, das ist auf jeden Fall. Die halten zusammen. Ja, da fremde. Ist hier noch irgendwas? Schade. Dieser Hubschrauber nervt. Juhu. Das wäre schön, wenn da noch so ein Juhu gekommen wäre. Ja, okay. Totaler Reinfall. Hm, okay. Erstmal ein Lied kaufen. K-5? K-5? Ich habe bei den anderen Automaten gar nicht, äh... In die, ja... Waffen, Accessoires, etc. reingeguckt. Nicht Bratwurst. Hier, TP-Boost. Nehmen wir uns einfach mal. Haben wir genug Geld. Gab es bestimmt bei den einen oder anderen Automaten... Nur nach den Sonderangeboten auf der ersten Seite. Guck, ich bin eigentlich... Oh, naja, ist egal. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts verpasst. Äh, äh, äh. Ähm. Oh ja, komm, wir setzen uns mal kurz, Arrel. Ich brauche mal kurz eine Pause. Erstmal eine Ruhe. Oh, und ich überlege gerade. Mache ich hier ein Folgenende? Wir sind ja bis zum Bahnhof gekommen. Wir sind ja über die Dächer des Slums gelaufen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um... Hier mal die Folge gerade zu schließen, oder? So, 36 Minuten. Habe ich noch Zeit, für eine Folge aufzunehmen? Ich glaube, das mache ich, ne? Also, seid mir nicht böse. Äh, aber Stundenfolgen sind echt... Für mich auf Dauer ganz schön... Ja, eigentlich sind sie okay. Aber ich mache jetzt trotzdem ein Folgenende. Also, äh, ja. Habt Dank wieder, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Hier beim Final 7 Remake. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein würdet. Und, ja. Habt erstmal wieder einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Wann wo ihr das auch seht. Guten Appetit. Lasst euch ein Essen schmecken. Und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge. Also, macht's gut. Tschüss.